Hier sind wir auf dem Campingplatz TCS, der grösste Campingplatz der Schweiz. Aber leider muss ich in vier Jahren schliessen. Es hat eine wunderschöne Aussicht hier auf einem Neuenburger See. Es hat über tausend Wohnwagen. Aber heute ist es gerade etwas verregnet. Wir hoffen, das Wetter wird besser. Ich bin hier gerade auf dem Seestag. Man sieht das auch. Hinter mir ist der Campingplatz hier. 2024 muss leider wegen der Naturschützler entschlossen werden. Die wollen ihr Naturschutzgebiet zurückhaben. Und wollen leider keine Wohnwagen mehr im Naturschutzgebiet haben. Was ich eigentlich sehr schade finde. Denn die Campierenden machen hier mit der Natur und mit den Tieren, die in der freien Wildbahn rumfliegen, rumlaufen. Das machen eigentlich keine Probleme. Aber auf dem Weg ist das, was heute geht. Aber in der Welt sind, die altkirten Kliniken, ruku ich. Das macht es gut.